Alfred, ganz kurz davor, diese Woche zu vergolden mit drei Siegen, hat dann ganz knapp nicht gereicht. Warum? Ja, weil in der Phase, in der wir gut gespielt haben und dominant waren, haben wir nicht genug Schanzen daraus bekommen und Tore geschossen. Das war entscheidend heute und dann ganz am Ende verteidigen wir sehr, sehr tief und dann fragst du vor, dass der Gegner mit mehr Mut spielt und dass sie mehr Selbstvertrauen bekommen und das haben wir einfach nicht gut genug gemacht heute. War es vielleicht die Effizienz? Man hätte theoretisch auch zur Halbzeit schon 2-3-0 führen können, dann hätte ihr euch wahrscheinlich im zweiten Durchgang leichter getan, oder? Ja, bestimmt. Die Chancenverwertung war nicht gut genug heute. Wir hatten einige Chancen, aber es war einfach über 90 Minuten nicht gut genug, aber große Phasen von diesem Spiel haben wir gut gespielt. Du hast wieder getroffen. Die Statistik sagt, dass du in dieser Saison alle sechs Schüsse, die aufs Tor gekommen sind, auch reingemacht hast. Das ist eine enorme Qualität. Ja, danke. Ja, das wusste ich nicht, aber das ist natürlich schön, wenn man Tore schießen kann. Ich hätte mir lieber verloren mit Tor und Sieg heute, das wäre einfach eine perfekte Woche, aber es hat uns leider nicht gelungen. Im Großen und Ganzen kann man aber trotzdem zufrieden sein, oder? Zwei Siege, ein Unentschieden, das geht in die richtige Richtung. Jetzt momentan fühle ich mich nicht genauso, aber vielleicht, wenn man nachschaut, morgen Abend oder nächste Woche, dann war es vielleicht nicht so eine ganz schlechte Woche. Johnny, wie ärgerlich ist es, dass ein überragendes Freistoßtor von dir am Ende leider nicht zum Sieg gereicht hat? Ich denke, sehr ärgerlich, weil ich denke, dass wir die erste Halbzeit gut gespielt haben und die zweite Halbzeit müssen wir vergessen, weil ich denke, dass wir zu tief gestanden sind und wir waren nicht mehr griffig, weiß ich nicht warum. Wir müssen einfach geiliger sein vor unseren Zuschauern. Das war ein Derby. Wir müssen zeigen, dass wir die drei Punkte wollen. War es, dass ihr in der ersten Halbzeit nicht effizient genug wart? Die Chancen waren da, vielleicht sogar mit 2-3-0 in die Kabine zu gehen? Ja, wir wissen, die Bundesliga ist sehr eng. Wenn du die Chance hast, du 2-0 machen, müssen wir machen, weil wir wissen, dass jede Mannschaft schwierig ist und wir können auch Ausgleich machen. Und wir haben das gemacht und wir müssen einfach auch konzentriert sein in den Standards, wie der 2-2 heute. Trotzdem noch mal zu deinem Tor. War schon Marke Traumtor, oder? Ja, Traumtor schon, aber wäre besser, wenn wir die drei Punkte holen. Was war der Jubel danach mit den Auswechslspielern? Kevin Danso war da, glaube ich, involviert. Ja, das war ein lockerer Tanzen mit Kevin Danso. Ist das so, dass du die Freistöße jetzt öfter schießt? Vorher war ja Marco Richter auch letzte Woche mal dran und Philipp Max, ihr wechselt euch immer ein bisschen ab. Wann stand die Entscheidung, dass du da hingehst und das Ding dann rein haust? Ja, wenn ich mich besser fühle, dann sage ich einfach, dass ich den Ball nehme und ich will einfach schießen. Die wissen, dass ihr Freistöße schießen könnt und heute habe ich bewiesen.